Jajaja Leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Rocket League zusammen mit Markus und Jack Hallo Und was geht Leute, werde ich mal wieder Siegel sehen Hat ja beim letzten Mal schon so gut geklappt Ja, da waren wir die Besten Wir sind immer die Besten Ja, ich hab ihn auch gefälscht Alter, was ist hier los? Kau, Kölner No No Ähm Das war No Das war scheiße Oh ja, jetzt, 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 jetzt Ich hab versucht, den Torwart wegzuchecken Ben Komm schon Oh, Markus, lass doch Mit dem? Weiß ich doch, weiß ich doch nicht Söge halt was Ja, hab ich auch erst zu checken Ich hab's Ich hab auch erst gesehen, als du den Ball hattest, dass du drangeholt Ja Ich hab auch erst gesehen, als du den Ball hattest, dass du drangeholt Geil Geil Was? Der Kürbis war im Ball drin, aber ich hab ihn nicht als Treffer bekommen Ist ja nur ne Kopfbedeckung No Oh Ich hab' Scherlow's niemand gekriegt No Yes Ich hab' gehalts An Nur mit dem Aja, ich kann ja Ich bin weggerang Hinten da denn es war schönes Ding wenn das bei mir gemacht wird hat sich das so wer ist es nicht bei einem getrocknen darf der schiebt wieder rein sind hinten bleiben schön und jetzt direkt boah schade ja der kommt noch mal war leider nicht weit genug vor ein Deck geschleudert ich muss mich mal auch schreien der kommt schön der kommt schön der kommt schön es sieht sehr interessant aus von hinten wie alle durch die Gegend fliegen weil die ganze nur von links nach rechts fliegt jetzt kriegst du was zu tun ich hab leider gar keinen turbo mehr wirklich gar keinen ja schön da kommt ja 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 jawoll sehr schön ja ja da hat er gelauert oh die haben sich gegenseitig weggekickt ja ja das hab ich gesehen ich bleib hinten was einer von denen ist bis zu mir geflogen das heißt ich habe gerade nur noch zwei hinten ja 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 ich bin ja 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 Ungewollt Jetzt Weiter Die spielen gerade ohne Torwart Wisk Hab ich Soll ich fast vorne Oh der kommt Arsch Ich wollte wieder Okay der war Mach ihn rein Bist du Oh Keiner mehr da ich bin gerade im Tor Vorlage Oh ja Jawohl Oh 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 Ist das so möglich Auch in 15 Sekunden Ja natürlich Geht alles Aber die Das hoffen wir jetzt mal einfach nicht Los heulen rein Ja das ist Absolut Bye So So Ja Ja Jetzt ist es auf jeden Fall vorbei Ja Das ist der Sieg Und mir fehlt ein Punkt Um wieder Brosse zu sein Schön Ach voll Martin Alter Was ist heute mit mir los Ja ich bin einfach immer Gebt immer besser wie du Ja wie immer Es ist echt immer so Einfach immer Immer Einfach Ja Wie anders Ja das ist zu langsam immer Ich steh mich mal mehr an ey Ja Ja So Der nächste Spiel soll was gefunden Aber er will nichts machen Auch interessant Okay Vielleicht möchte er wieder scheiße Dann probier ich dich mal rein Ja dann probier ich dich mal rein Ja dich will eh keiner Ja Ja das ist schlimm Mit meinem Internet Ach voll das wird wieder nichts Jo Vielleicht eine 3 Bombe ist leider um Nein Der Bombe ist sogar besser wie meinsel Ja wir haben wieder eine Lobby Also wir haben hier grad mega Glück Also irgendjemand will einfach verhindern dass unsere Siegesserie die hier noch nie unterbrochen würde Einfach fortgesetzt wird Ich würde Ich würde Oh Wie schade So ein Versuch Geh mal dem Ganzen jetzt noch So hopp Ich kann ja ich hab mal wieder mit meinem Fahrzeug gefahren Oder auch nicht Oh das wird wieder nichts Oh das wird wieder nichts Alles klar Irgendwas Rönungs hier Bisschen nerven glaube ich Captain Neger Alles klar Ja Captain Neger hat unterwegs sein Kollegen vorbei So wie wir vorhin So wie wir vorhin Ja Ich weiß noch nichts Ich weiß noch nichts Ich weiß schon nichts Ist auch ne gute Antwort Ja Okay Der nächste Versuch Wir werden schon noch irgendwann ein Spiel finden Also so oft hintereinander hatte ich das auch noch nie Das ist jetzt wieder dieser Aufnahmeflug Das ist typisch Aber wir hatten lange nicht mit diesem Telefon bei dir Bei dir Jo So einmal die Farbe vom Fahrzeug abgekratzt Bumm 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 Hat ja leider keinen Booth Bumm Buh Sehr schön, du hast zwei ausgespielt. Ja, kommt. Ja, und dann schade. Der wäre auch direkt rein ohne weitere Ansturz, glaube ich. Keine Ahnung. Und den hat einer gehalten. Cool. Jetzt, ja. Jawohl. Jawohl. Hat der nicht gehalten, der Wichse? Dieser Kryto, der ist gefährlich. Der kann, der kann, nee, nicht, doch, der Kryto. Doch, der Kryto. Aber warum hat er den nicht gehalten? Der hätte ich so stammt. Das war halt falsch. Er hätte nur noch links springen können. Was für eine Parade. Aber ich liebe das, wenn sich die Mitglieder immer gegenseitig fertig machen. Du bist. Ich bin so von hinten. Ah, schade, war fast ein Pass in die Mitte. Vielleicht ist er fast in die Mitte, aber er wurde auch fast gebrochen. Ja, das habe ich jetzt auch gebrochen. Das habe ich jetzt auch gebrochen. Das habe ich jetzt auch gebrochen. Ah, der kommt so hoch für mich, glaube ich, ja. Ja. Ah, schade. Oh nein, schade. Ich stehe mit allen drei Mann im Tor. Oh, schick. Das war knapp. Uah! Scheiße. Ja, aber jeder war auf. Nein! Scheiße, Leute. Du, du bist jetzt gegenseitig zu teuren, weil du uns zurückgebrotzt. Oh, sauber. Ja, wieder nur der Kito. Und, ja, sehr gut. Jetzt war alles eingerechnet. Ja, ja, das, 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 da muss er schon mal Danke sagen zu sowas. Ich mag so freundliche Gegenspiele zu haben. Ja. Ja. Immer doch, what the fuck. Den habe ich. Alter, maaann, joa. Doch nicht. Kito war früher dran. Gehst du in den Fährer? Ich bin gerne im Angriff. Ja, will schon. Oh. Oh. Das ist der. Ah, der wird nicht erwischt. Bleib hin. Ah, verdammt Bitte? Oh ja, jetzt Oh, oh Oh, lecker, Alter Oh, er hat schon wieder einer versucht mich zu zerstören Die mögen dich nicht, glaub ich No Er hat mich so Das müsst ihr euch angucken Jaja Ich konnte nichts machen Richtige Schrostis Er hat mich total blockiert Und dann auch noch unten an die Latte, da wär's auch wenn du normal gewesen wärst, extrem schwer gewesen rauszufallen Und hinten Oh no Oh, der roll direkt davor Oh Oh An die Latte Nein, warum Schön, alle drei überspielt Ich dachte, das wär'n schönerer Pass Ich glaub' ich eigentlich, ja Oh no Schau'n Sauber Ah Ah Ach, fels, pro Los Ja, sehr früh Sehr interessant Volli Tor Volli Tor Alter, zweite Treffer war bei Merkwirk ja, interessant voll mit dir das schön in der äh, Piorette in der Luft, das hat schon echt was gedacht äh, ich fahr ah, weggerannt komm, eins noch hab's probiert der ist noch ich bring nochmal in die Mitte wenn ich mir nicht irgendjemand über mich drüber geschossen hätte ja, gut ich bin Browser1, wieder schöne Sache ja Leute, dann haben wir uns so was genug der Wunde hier beendet Markus hat seinen typischen Timeout und wir sehen uns zum nächsten Mal in einer weiteren Folge von Leech of, äh, Rocket Leech und, ähm, ich möchte dazu sagen Markus ist immer wieder schlechter wie ich Servus! Uhr, ida, hjw cui, their Gabe Leech Bis zum nächsten Mal.